Hallo meine lieben Freunde, was geht? Wir kommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß! Okay. Ich würde sagen, da in dem Raum. Hier. Gib mir einen Moment. Was ist die Medizin? Hier, die Nürzungsstation. Sie benutzen sie als Medizin. Wie wissen Sie das? Es macht einfach Sinn, nicht wahr? Ja. Es gibt eine Medizin, von der Playground, hier. Sie müssen die Tür öffnen. Sie müssen unsere Weg weg weg. Ich gehe für die Medizin. Ich komme mit dir. Ich weiß, was zu nehmen. Okay. Ich denke, das bleibt mir, um uns eine Batterie zu finden. Ich gehe mit dir. Okay, wir haben ein Plan. Everyone be careful. Wir bleiben zu einem anderen. Wir werden alle hier wiedersehen. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Good luck. Alles klar. Was ist das? Was ist das? Was kann ich machen? Ich mache dich hier mit Ben und schaue dich über unser Untertitel. Ich schaffe dich in charge. Okay? Du mich mit Ben? Ich bin nicht mit Ben. Ich erheb mich mit dir. Du, verstehst du? Oh, okay. Zurück bevor du ihn weißt. Alles klar. Ah, da hinten ist sie. Okay. Der Alleyway zu den Autoschoppen ist hier. Du kommst oder nicht? Ja, chill doch mal dein Leben, Mensch. Ah, da hinten ist sie. Okay. Sie haben bereits gefeiert. Sie sind nicht wertvoll. Okay. Blutiges Schließfach. Ich kann es nicht ohne die Kombination öffnen. Okay. Okay. Einfach weiter. Das muss die Tür zum Alleyway sein. Wo die Autoschoppen ist. Aber wo ist Molly? Wahrscheinlich schon vorgegangen. Molly? Bist du hier raus? Ja, schrei doch nicht so. Ich glaube, ich gehe nicht davon. Okay, hier nicht lang? Okay. Der Autoschoppe muss hier unten sein. Das glaube ich auch. Irgend... Habt ihr das gerade gesehen? Easy. Das muss die Entrance zu diesem Autoschoppen, wo Brie sagte, dass wir die Batterie finden würden. Was? Verdammt. Das ist sehr tief. Alles klar. Kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt. Okay. Muss ja hier, genau. Zaun. Oh Gott. Ja gut. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Okay. Okay. Nice to see you. Molly? Molly! What? Calm the fuck down! What's wrong with you? What's the matter? Never seen someone kill a geek before? Not like that. Warum rastet er denn immer so aus, ey? He's wearing medical scrubs. Some kind of scientist or doctor maybe? Yeah, well. He ain't shit now. Did you find us a way in? Yeah. But the garage door is jammed. Can't raise it. Not a problem. Schau, was ich gefunden habe. Oh, ja. Das funktioniert. Komm schon! Der lebt noch, wie saucy, ne? Wer hat der lebt noch? Ich glaube, der lebt noch. Okay. Alles klar. Ich kann sehen, wo die Batterie sein sollte. Aber es ist nicht. Perfekt. Nichts. Nichts. Reden. Was brauchst du? Was denkst du zu Crawfurn? Nein, nein, ich weiss nicht. So wie ich bin, haben diese F***er bekommen, was zu ihnen gekommen ist. Nicht viel Sympathie für alle Menschen, die hier sterben, hm? Ich habe so viel für sie, als sie für die Sicken und die Gäste, und für jemanden, die sie nicht in ihrem kleinen Paradeis waren. Also ja, f*** sie. Was war das alles da? Er kam auf mich auf dem Rooftop. Er hat mich versucht, mich zu nehmen. Also, ich beantworte mich. Was, du hast ein Problem mit mir zu töten Geeks? Nein. Es war einfach, dass du ihn auf ihn ein bisschen mehr als du brauchst. Hey. Du wirst nicht wirklich wissen, wann diese Dinge sind alle weg. Ich war einfach sicher. Schau, du willst diese Batterie oder nicht? Zeit ist verraten. So warum hast du entschieden, uns zu helfen? Ich habe dir gesagt, ich erwarte einen Rooftop auf dem Rooftop, wenn dieser Hebebühle-Friend von dir geht. Bist du sicher, dass das alles ist? Willst du mich immer interrogieren? Oder willst du die verdammte Batterie und wegwerfen? Ich werde einen Blick auf dich. Du machst das. Allöchen, Flo. Alles fit? Steuerung für die Hebebühne. Hydraulikschlauch. Okay. 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 Teufel. Ja. Das Ding ist, wir müssen die noch ausschalten, da ne? Die Diebessicherung, sag ich mal. Ach, komm an! For real? Ach, komm an! Okay. Komm ich hier irgendwo lang? Nee. Hä? Hab ich hier noch irgendwas? Nee. Ach, Hydraulikschlauch, okay. Äh, yo! Molly, wir bräuchten mal eben dein komisches Teil da. Was, was du brauchst? Ja. Ich glaube, ich kann das, äh, hock-Thinge von deinem? Ich weiß nicht. Hilda und ich haben viel zusammengebracht. Hilda? Das ist, was ich sie nennen. Nicht zufrieden. Bitte, kann ich Hilda? Ich nehme gut aus, sie wird nicht ein Schrappchen. Ich habe deine Verwaltung jetzt. Nicht ein Schrappchen. Hilda! Okay. Wow. Ja, mach hier ne. Come on. Völlig los, geh los. Ja, ich bin dabei. Okay. Sie gönnt sich halt, ey. Sie ist schon so Jumperin, ey. Ah, alles klar. Was bist du? Chicken? Jump! Was hast du mich? Nun, dass du es erwähnt hast... Ich hab doch die Hand genommen! Mann, wegen der Kack-Kamera-Einstellung. Ah, come on! Das war nicht meine Schuld. Lobes Spiel. Ich hab die Hand genommen von dir! Also eigentlich. Aber die Kamera war so... Ich kann hier auch schon vorher raufklicken, bevor ich da irgendwie in ihrer Nähe bin. Und dann muss ich im perfekten Zeitpunkt raufklicken. Ja, alles gut. Easy. Easy. Ähm... Ihr Ernst? Ja, Mann, Moment. Ähm... So. Ja, ich hab's grad mitbekommen. Ja, ich hab's grad mitbekommen. Ja, da ist ein Kopf im Weg. Ehe den? We got it! Brace the door with something! Cool! Did that hold? You came well better. There's so many of em. Du hast die Energie? Let's not start high-fiving each other just yet. Let's get the hell back to the classroom. Give us a hand with these fuel cans. They weigh a goddamn ton. You're back. Yeah, and we made out pretty good too. Great work, Kenny. Ja, so. Oh. How long have you known Vernon? Couple of years. He ran our support group. He was really great helping me come to terms with my disease. But how do you come to terms with something like this? With a place like Crawford? I don't know what I or the other survivors would have done without Vernon. He's the one who held us together. Kept us alive. What do you think about this whole Crawford situation? I'd rather not talk about it. Too many awful memories. Even being back here gives me a bad feeling. Even now, with everyone dead? I got no sympathy for what happened to these people. They weeded out the sick and the old. Even children. Those least able to defend themselves so that they could save their own skins. Whatever happened here, however Crawford fell, I consider it poetic justice. Damn girl, that's cool. It's how I feel. If you'd seen what I've seen, you'd feel the same. I'm a little busy here, Lee. Maybe you should go get that battery or help with the medicine. Okay. You okay, Clem? Yeah. This desk is just like the ones we have in my school. I know it's weird, but I kind of miss it. Being in school. It's not weird at all. So do I. You haven't been in school since forever. Hey, I'm not that old. I used to be a teacher. Remember? American history. Where's Molly? She had to go run an errand. She'll be back soon. I hope she's okay. She'll be fine. She's pretty tough. Do you think things will ever be normal again? Just like the way they were before? Hmm? I don't think anyone knows the answer to that, Clem. Maybe there's somebody out there working on a way to fix this. Some kind of cure maybe. There's just no way to know. I hope so. That's good. You hold on to that hope. It's the one thing that a this can take away. That's right. So, guys. That was it with this episode. I hope you liked it. If not, beware the part. We'll see you next time. See you next time. Haut rein.